Erstens sehe ich hier die Berge wunderbar. Es ist ein unglaublich schöner Tag. Zweitens sind die Berge im Moment weit weg, ich befinde mich zwischen zwei Hüftoperationen. Zuerst muss jetzt wieder ein Zwerg sein wie ein junges Reh und dann kommen die Berge wieder. Ich gebe heute einen Kurs Leadership, auch im Sport, drei Lektionen. Ich komme jedes Jahr ein oder zwei Mal auf Magglingen und arbeite auch hier mit der Hochschule zusammen. Was ist das erste Mal in den zwei Monaten, in denen ich hier gearbeitet habe? Als erstes war ich die zwei Monate, in denen ich für die Eure 08 delegiert wurde. Ich muss allerdings sagen, ich war auch sehr froh, als wir nachher in die Innenstadt von Bern zügelt sind. Wer mit dem öffentlichen Verkehr reist, ist Magglingen nicht so wahnsinnig. Vor allem, wenn es ein hektischer Job ist. Dann war ich sehr oft an der Hallenschweizer Meisterschaft, Leichtathletik. Das allererste, was mich daran erinnert, ist, dass ich hier noch in der Halle einen Handball gespielt habe. Das war sehr lange her. Was war das mit der Hallenschweizer Meisterschaft? Das war zwischen 1960 und 1965. Da gab es im ganzen Mittelland, am Solothurn usw. Wir sind immer auf Magglingen gefahren. Magglingen ist eine Nähe von Biel. Biel ist eigentlich eine recht grosse Stadt im Mittelland. Und kaum ist man weg zu Biel, sei das jetzt mit der Bähnli, sei das mit dem Auto. Fünf Minuten ist man in einer völlig anderen Welt. In einer Welt, in der ziemlich abgeschieden ist. Man kann sich hier wirklich konzentrieren. Auf den Sport zum Beispiel. Nichts gibt das so zum Ausdruck wie der Begriff Ende der Welt, der hier in Magglingen ist.